bidi bidi ba hallo mein lieben freunde schön dass wir eingeschaltet habt zu einem neuen video mit mir oliver und heute wieder zu dem thema rage shadow legends und es geht um clan boss teams und da speziell geht es um counterattack champions die ein oder anderen werden sich fragen warum es vielleicht so schwer ist ein counterattack team aufzustellen und heute wollen wir uns mal die champions anschauen die tatsächlich notwendig sind um ein richtig gut funktionieren das counterattack team zu haben und da werdet ihr auch gleich sehen warum es so schwierig ist counterattack teams zu spielen und was es vielleicht für alternativen gibt das gucken uns auch gleich noch an also tatsächlich habe ich auch nur einen counterattack team champion sagen dass man gleich so wie es ist und das ist mehr tören denn insgesamt im spiel zwischen all diesen helden die wir hier haben also wir haben ziemlich viele helden wie man das auch frohe fraktion sehen kann gibt es nur insgesamt drei counterattack helden die wirklich einen gegenangriff auf alle teammitglieder setzen können also ein gegenangriffs buff auf alle teammitglieder und davon gibt es nur drei alle anderen machen meistens nur ein auf sich selbst oder zum beispiel auf einen random teammitglied oder sowas das hilft halt alles nicht dabei um ein richtig gutes counterattack team zu machen und deswegen kommen wir mal gerade zum beispiel in die erste fraktion hier rein das ist die barbaren fraktion da gibt es valkyre und valkyre ist natürlich ein richtig guter counterattack champion kann man auch überall einsetzen also auch fraktionsgruppen dungeons arena weil sie sind sehr sehr großes schild auch machen kann und warum das schild so groß ist und wie man das groß kriegt das gucken wir uns auch gleich mal an schauen wir uns mal ihre skills an greift ein gegner zweimal an senkt das rundenmeter mit jedem treffer um zehn prozent wenn das ziel über bass verfügt das heißt schon mal es ist sehr stark weil sie ja zweimal angreift zehn prozent heißt insgesamt kann sie 20 prozent senken das rundenmeter des gegners deswegen sehr guter rundenmeter senkungs champion kann also auch beim feuerritter dabei sein wegen ihrem zweifach angriff kann auch bei der spinne helfen also durch ihr schild auch bei der spinne natürlich super einsetzbar und greift alle gegner an verleiht allen verbünden für drei runden ein schild buff sowie für zwei runden ein gegen angriff buff der wert des schildes und der angerichtete schaden sind proportional zum def wert dieses champions und genau das macht das schild eben auch so stark das schild ist proportional zum defensiv wert dieses champions das bedeutet je höher ihre defensive ist desto größer wird auch das schild das heißt ihre defensive wollen wir immer so hoch wie nur möglich natürlich bekommen damit das schild was sie macht auch so groß wie möglich wird und das gute ist der schild buff hält drei runden an diese fähigkeit kann man von vier auf drei runden runter reduzieren außerdem kann man den schaden und das schild noch weiter steigern und das bedeutet natürlich auch das ist für den ganzen clan boss kampf immer aufrecht dieses schild wenn wir es gleich am anfang setzen und das machen wir ja auch gleich in der ersten runde vom clan boss oder in der 0 runde weil sie ja zuerst dran sein muss und sie setzt dann auch diesen gegen angriffs buff der natürlich nur zwei runden hält aber das ist normal bei gegen angriffs champions von daher ein ziemlich krasses skillset was sie hier mitbringen dann hat sie einen passiven skill steigert das rundenmeter dieses champions um zehn prozent wenn ein gegnerischer champion einen buff verleiht das trifft übrigens auch zu wenn mehrere bars verliehen wird wird es jeweils um zehn prozent gesteigert das rundenmeter gegnerischer champions wird mit jedem buff den sie erhalten um zehn prozent gesenkt das heißt also ihr rundenmeter steigt und dass der gegner sinkt das heißt wenn ihr gegen weil küre kämpft in der arena oder so vermeidet am besten zu viele buffs zu setzen oder generell buffs zu setzen damit sie nicht das rundenmeter von sich steigert und ihr eures sozusagen mit jedem auch noch senkt weil dann greift sie zuerst an und ihre a2 ist ja ein flächenangriff sie sind defensiv champion sie wird eine sehr hohe defensive haben wenn sie in der arena auftritt wird es auch eine sehr hohe krit quote und wahrscheinlich unten hohen krit damage haben was bedeutet dass er auch einen ganz guten schaden auf die bühne bringen wird dann hat sie noch eine defensiv aura leider nur für fraktions gruppen aber dafür 33 prozent also wenn ihr sie habt in fraktions gruppen spielen 33 prozentiger defensiv aura buff von daher schon mal sehr nice dann sind wir beim heiligen orden und da gibt es märtyrer oder wie ich sie auch nenne märtyrerin weil sie eigentlich eine frau ist und sie ist einer sie ist auch ein gegenangriffschampion den man für gegenangriffsteams benötigt das problem mit gegenangriffsteams ist meistens wenn man sie in dungeons oder fraktionsgruppen einsetzt sie sind halt nicht so die schnellsten weil immer wenn sie einen gegenangriff machen dauert das natürlich eine zeit lang bis alle gegner angegriffen haben man muss immer sagen gegenangriffschampions und speed buff champions vertragen sich nicht immer in allen kombinationen deswegen sollte man es immer vermeiden beim klaren boss den speed buffer drin zu haben und einen gegenangriffschampion weil das die rotation des gegenangriffsteams durcheinander bringen kann aber es gibt auch klaren boss teams die benutzen tatsächlich zwei gegenangriffschampions und ein speed buffer noch mit im team und das ist dann aber eine ganz besondere kombination und man benötigt natürlich auch zwei gegenangriffschampions wenn man natürlich nur einen hat dann ist das nicht so besonders gut in kombination das zu spielen aber wie gesagt für normale gegenangriffsteams keinen speed buff keine runden meter erhöhung oder sowas weil das die ganze rotation des gegenangriffsteams durcheinander bringen wird so was hat sie denn für skills im gegensatz zu valkyra setzt sie tatsächlich auch debuffs zusätzlich zu ihren buffs die sie setzt valkyra macht ja gar keine debuffs das heißt wenn man valkyra in den klaren boss team bringt braucht man auch andere charaktere die dann dafür zuständig sind diese debuffs zu setzen die man beim klaren boss auch braucht und der erste gute skill den man immer haben sollte im team ist ein defensivverringer und genau den macht sie auch auf ihrer a1 und das ist natürlich sehr gut weil auf der a1 kann sie dann ihren defensivverringer immer aufrecht erhalten auf dem klaren boss wenn sie genug genauigkeit hat greift ein gegner anbietet eine chance von 45 prozent lässt sich noch mal erhöhen auf 75 prozent also ist eine sehr gute chance und es ist ein 60 prozent defensivverringer ihre a2 verleiht einen verbündeten für zwei runden ein 60 prozent defensivsteigerer und einen gegenangriff also sie macht gleichzeitig noch den defensivsteiger was für alle defensiven champions im team sehr gut ist zum beispiel wenn man jetzt noch ein rasin mitspielt und ist ein defensiver champion dann steigt auch dessen defensive noch mal leider ist der defensivsteiger auch nur zwei runden und genauso der gegenangriff natürlich nur zwei runden von daher muss man schauen dass man vielleicht für die dritte runde wo es beim klaren boss fehlt noch einen weiteren defensivsteigerer im team hat um sozusagen einen defensivsteigerer buff immer aufrechterhalten zu können aber das muss natürlich nicht unbedingt sein wäre bei nice to have für gegenangriffsteams dann hat sie noch einen sehr interessanten skill auf ihrer a3 weil sie benutzt den angriffsverringerer greift alle gegner an verleiht für zwei runden ein 50 prozent angriffsverringerer debuff verleiht für eine runde ein provozieren debuff der provozieren debuff ist nur wichtig für dungeons fraktions kruften arena und vielleicht später noch doom tower natürlich also alles wo irgendwelche wellen auftreten den klaren boss kann man natürlich nicht provozieren und macht auch gar keinen großen sinn den klaren boss jetzt zu provozieren aber der angriffsverringer ist definitiv wichtig je weniger schaden der klaren boss bei uns machen kann desto besser und den angriffsverringerer den wollen wir natürlich auch immer für seine flächenschaden fähigkeiten aufrechterhalten also ein debuff verlängere im team ist er sehr hilfreich oder jemand der den angriffsverringerer noch auf seiner a1 hat zusätzlich kann er auch sehr viel helfen ansonsten sechs runden abklingzeit lässt sich auf vier runden runter reduzieren also von daher auch nicht schlecht das wichtige beim klaren boss ist sie setzt immer ihre a2 vor der a3 ein das heißt also selbst wenn die abklingzeiten von beiden skills da sind setzt sie jetzt ihren a2 skill das heißt ihren gegen angriff direkt sofort ein und nicht ihre a3 was ja bei den meisten champions anders ist die setzen zuerst sozusagen die a3 ein und dann die a2 bei jesus aber genau richtig rum das heißt man kann sie theoretisch im auto modus laufen lassen wenn alle anderen skills auch passen und dann hat sie noch eine gute aura stärker die defensive von verbündeten in allen schlachten um 33 prozent also genauso wie bei küre 33 prozent aber alle schlachten das heißt sie ist auch super im lied für den klaren boss kann aber gestand werden vom klaren boss und das wollen wir auf jeden fall vermeiden das heißt wir brauchen noch jemanden im team der sozusagen sie von diesem stand befreit oder sie vor diesem stand schützt das heißt also in der art glänz also eine reinigung von debuffs die debuffs entfernen oder einfach einen debuff einen block debuffs buff wirken so jemanden bräuchten wir dann als ergänzung noch im team für sie hier und genauso bei valkyre die kann ja ihre debuffs auch nicht automatisch irgendwie entfernen bräuchten wir auch jemanden der sozusagen valkyre unterstützt aber valkyre muss nicht im lied sein weil ihre auch nur für fraktionskruften geeignet ist so und der einzige epische champion den ich auch tatsächlich hier nicht in meinem besitz wägen darf weil ich habe sehr viele epische champions aber gerade ihn habe ich leider nicht um ihn mal irgendwie zeigen zu können oder so aber schädelschmetterer ist der einzige epische champion der auch ein gegen angriffskill für das ganze team mit sich bringt hat auch noch ein paar andere skills im gegensatz zu den anderen zwei champions die recht interessant sind das einzige manko ist dass er diesen heilungs verringer hat es ist auch leider nur ein 50 prozent heilungsverringer kein 100 prozent heilungsverringer was für dungeons und so recht cool wäre greift ein gegner an verleiht einen 50 prozent heilungsverringer debuff wenn der dev wert des ziels niedriger ist als der dieses champions das kann beim clan boss ein bisschen blöd werden denn tatsächlich kann es passieren dass der heilungsverringer mal durch zufall beim klaren boss prockt deswegen versucht man bei ihm auch die genauigkeit relativ niedrig zu halten weil man möchte ja lieber andere debuffs drauf haben auf dem klaren muss zum beispiel gift defensiv verringer angriffs verringer schwächung ep verbrennung diese debuffs sind natürlich alle nützlich und hier würde nur ein debuff platz weggenommen werden weil man kann ja nur maximal zehn debuffs auf ein ziel verleihen von daher will man immer dass diese heilungsverringer bei ihm nicht prockt und macht es meistens so dass man ihm so wenig genauigkeit in seinen artefakten gibt wie nur möglich verleiht für zwei runden allen verbündeten bis auf diesen champion einen 50 prozent verbündeten schutz baff also er macht gleichzeitig auch den verbündeten schutz verleiht für zwei runden allen verbündeten bis auf diesen chemien ein gegen angriff baff verleiht diesem champion für eine runde ein unsterblich baff aber der unsterblich baff geht nur eine runde dafür gegen angriff und verbündeten schutz natürlich zwei runden das gute ist weil er einen verbündeten schutz macht hält natürlich das team mehr schaden aus den kriegt natürlich eher ab das heißt man muss ihn halt auch sehr sehr tanky bauen damit er nicht gleich irgendwann umfällt denn sobald der klaren boss anfängt richtig viel schaden zu machen und das ist halt sein nachteil wird er sterben und dann haben wir keinen gegen angriff champion mehr im team das heißt unser gegen angriff ist weg wir können keine gegen angriffe mehr machen und dann können wir leider auch nicht mehr so viel schaden man das heißt also gegen ende hin kann es passieren wenn er nicht defensiv genug ist wenn er nicht genug aushält wenn er nicht genug lp hat dass er dann umfällt und unser team sozusagen nicht mehr schützen kann das heißt unser team wird kurz nach ihm dann auch sterben und der gegen angriff wird natürlich auch nicht mehr ausgelöst durch den flächenschaden ist natürlich ganz gut dass er diesen verbündeten schutz hat aber man muss auch sehen dass man ihn natürlich so es gilt dass er sehr sehr viel aushält und als einer der letzten champions auch umfällt so sein passiver skill ist verringert die laufzeit aller debuffs auf diesen champion um eine runde zu beginn jeder runde das heißt also dieser lähmungs debuff den der klaren boss verleiht auf ihn der kann ihn zwar stunnen aber danach ist er sofort wieder da bloß leider bedeutet es auch dass er seinen gegen angriffs buff nicht direkt setzen kann weil er trotzdem sozusagen zwar diesen debuff verringert hat um eine runde aber trotzdem die abklingzeit noch weiter drauf bleibt das ist ein bisschen blöd weil normalerweise würde man davon ausgehen er wird gestand das dann wird aufgelöst und er kann wieder loslegen mit dem gegen angriff buff aber nein direkt wenn der klaren boss stand mit seiner a3 das ist sozusagen die letzte runde in der nächsten runde macht er wieder einen flächenschaden da wollen wir dann den gegen angriff wieder aufrechterhalten ist er trotzdem nicht in der lage direkt sofort wieder seinen gegen angriff zu machen sondern erst wieder wenn er klar muss seine a2 einsetzt deswegen bräuchte man für ihn auch jemand der entweder wieder diesen debuff entfernt oder ihn überhaupt vor diesem debuff schützt weil sonst nützt ihm leider dieser passive skill hier gegen den klaren boss auch nichts da trotzdem die abklingzeit dann nicht passt und das kann eben ein grund sein warum euer klaren boss team dann mit schädelschmetterer nicht ganz so richtig funktioniert weil wenn er von diesem dann getroffen wird kann er nicht seinen gegen angriff machen obwohl das mit seinen skills gut hinhaut dass er wird seine a2 immer vor der a1 natürlich machen also das heißt er setzt natürlich seinen gegen angriff zuerst im auto modus also theoretisch spielbar das ganze bloß man müsste halt gucken dass er nicht gestand wird oder dass man irgendjemanden hat der ihn davor bewahrt gestand zu werden oder das ganze runter nimmt von daher leider zwar ein schöner skill wenn er andere debuffs erleidet oder in der arena irgendwelche defensiv verringer oder sowas abkriegt oder frost dass er nicht eingefroren werden kann aber für den klaren boss ist leider nicht so gut seine aura es steigert widerstand von verbündeten fraktionsgruppen um 45 prozent für was vielleicht noch gut zu wissen ist für gegen angriffsteams ist immer dass die gegen angriffschampions immer die letzten sein sollten die beim klaren boss an der reihe kommen das heißt also alle anderen im team sollten immer vor dem gegen angriffschampion losgehen der gegen angriffschampion sollte immer nur ein bisschen schneller sein als der klaren boss gegen den man kämpft also man hat ja unterschiedliche geschwindigkeiten bei den einzelnen klaren bossen das heißt also immer gegen den klaren boss gegen den man kämpft muss man schauen wie schnell der ist und den gegen angriffschampion den sollte man dann einfach nur ein bisschen schneller machen damit dann die rotation hinhaut und damit auch jeder von diesem gegen angriffskill profitiert denn was ich ja schon mal in meiner klaren boss serie auch gezeigt habe ist wie das mit dem gegen angriff ist wann er am besten gesetzt wird und so weiter wenn ihr das noch nicht gesehen habt dann guckt euch bitte an da es nur drei gegen angriffschampions gibt die einen gegen angriff auf komplette team machen ist es natürlich schwierig dass jeder einen gegen angriffschampion überhaupt bekommt ja das heißt wenn ich gerade bei einem event was dabei ist man den irgendwie sich holen kann als epischen champion also bei fusion was glaube ich schon mal möglich sich einen schädelschmetterer als epischen champion für die fraktion für die fusion holen zu können aber ich glaube jetzt aktuell war es anderweitig außer in wettbewerben oder so nie möglich sich noch einen schädelschmetterer mal so zu holen was ich ganz cool fände wenn sie mal ein fragment event für einen schädelschmetterer machen würden oder einen von den anderen gegen angriffschampions obwohl legendäre gegen angriffschampions natürlich sehr gefragt sind vor allen dingen weil küre also wenn dann würde das eine sehr sehr schwierige wenn dann würde es ein sehr sehr schwieriges event werden wahrscheinlich aber ja was kann man also machen wenn man kein gegen angriffschampion hat also wir haben natürlich die möglichkeit ganz normale speed teams aufzubauen man muss nur sagen dass meistens speed teams nicht so viel schaden rausholen wie gegen angriffsteams beim klaren boss bei dungeons und so weiter ist das gar nicht so dramatisch man braucht sich unbedingt gegen angriffschampions da kann man andere kombinationen spielen dann ist fraktions kruften arena muss kein gegen angreifer drin sein aber beim klaren das hilft es natürlich ungemein hier mehr schaden rauszuholen als mit einem speed team muss man dazu sagen also gegen angriffschampions das liegt auch daran dass man halt immer wenn der klaren boss seine flächenschadensfähigkeiten einsetzenden gegen angriff startet und damit natürlich noch mal mehr schaden macht bei einem speed team müsste man schon immer doppelt so schnell sein wie der jeweilige klaren boss also das komplette team müsste quasi immer doppelt so schnell sein damit man irgendwie diesen schaden auch machen kann denen gegen angriffsteam macht und wenn im gegen angriffsteam zum beispiel noch jemand drin ist wie kriela die auch noch einen verbündeten angriff mit drin hat dann wird es natürlich schwierig für speed teams auch genauso an diesen schaden von gegen angriffsteams ranzukommen also das ist dann schon schwierig es sei denn man spielt natürlich bestimmte kombinationen aus speed und gegen angriff oder sowas oder die alternative die man noch hat ist und sterblichkeit steams und genau sowas werden uns natürlich in den nächsten zeit mal angucken also welche möglichkeiten für unsterblich teams gibt es welche möglichkeiten für speed teams gibt es welche möglichkeiten für counter attack teams gibt es wie kann ich meinen klaren boss team vielleicht auch verbessern wenn ihr das natürlich sehen wollt von was ich gerade erzählt habe dann abonniert doch einfach diesen kanal und wenn ihr das schon getan hat leute die glocke ansonsten ein däumchen ist um ein träumchen wir sehen uns hoffentlich beim nächsten video also bis dahin meine lieben freunde tschüssi koski